Woran glaube ich? Wem vertraue ich? Sind es eher die Autoritäten, die mir vorgesetzt sind, die über mir stehen und mich beherrschen wollen? Oder doch eher diejenigen, die mir auf Augenhöhe sind und mich kennen? Jesus jedenfalls stellt sich nicht über andere. Er geht den Weg des Untertanen, des Dieners, wenn er sich zum Beispiel hinkniet, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Für mich liegt nicht zuletzt darin die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft. Ich vertraue ihm, weil er sich nicht über mich stellt, sondern konsequent demütig ist. Viel mehr, als ich das selbst könnte. Und genau darum steht er doch über mir. Jesus ist für uns am Hohenkreuz gestorben, damit wir ewig leben können. Vertrau mir, sagt Jesus. Ich bin meinen Weg bis zum Ende gegangen. Am Ende wird es gut. Alles. Auch an deinem Ende. In dem Wochenspruch geht es um Gottes Hilfspaket für die Menschheit. Es ist zwar furchtbar, dass am Anfang gleich jemand sterben muss. Solch einen furchtbaren Tod kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das gibt allen anderen die Sicherheit, dass am Ende alles gut wird. Durch das selbstlose Opfer von Jesus, hat jeder Einzelne auch eine Chance zu Gott zu kommen. Wenn das keine guten Aussichten sind. Durf nur, dass in alten Formulierungen und Rätseln gesprochen wird. Man braucht da nämlich immer eine Weile, bis man draufkommt, was eigentlich gemeint ist. Man braucht da nämlich eine Weile, bis man draufkommt, was eigentlich gemeint ist.